Sie hat gut gespielt, Akram. Wow! Ich habe wirklich keine Ahnung... Achso, ich kann's gar... lol. Cool, ich habe eine Machete jetzt, statt einer Keule. Was? Wieso? Weil da eine Kiste war da oben. Habe ja gesagt, da war eine grüne Kiste. Aber du hast doch nicht gehört. Jetzt habe ich eine Machete. Hier, guck sie an. Okay. Ich weiß nicht, ob die Stärke ist. Ich kann die Sets nicht nehmen. Achso, die war da oben. Vielleicht ist da auch noch eine Kiste für mich. Weiß ja nicht, muss ich gucken. Außerdem fehlt da noch ein Benzinkanister. Müssen wir irgendwie anders denn noch. Du meinst nach rechts, oder? Ja, nach rechts. Da war eine grüne Kiste. Ich glaube, die ist da nicht mehr. Doch, da ist eine grüne Kiste. Da oben ist eine grüne Kiste. Da ist noch eine Keule. Ich bin tot. Oh, what? Ja, ich habe gesagt, ich habe noch zehn Leben. Weil du ja die ganze Zeit Essen wegsnecken musstest. Ich schumbiere die nur noch. Guck dir mal das an. Weil du ja die ganze Zeit Essen wegsnecken musstest. Ich habe noch drei. Ja, schön, ich habe null. Ich habe den nächsten Gaskanister. Ja, ich tue gerade das holen. Ich hol's auch. Aber ich habe hier das nächste Ding. Hast du auch vier von sieben? Vier von sieben was? Du müsstest eigentlich eine Meldung bekommen haben. Uh, ich habe jetzt auch eine, Timmy. Nee, habe ich nicht. Wo hast du das gefunden? Was denn? Hier ist vier von sieben. Das blaue Ding war ja gerade hinten beim letzten Kanister. Okay, ich suche dich gerade. Kurz über der Machete. Genau, weiter rechts. Treppe hoch und dann ganz nach rechts. Uh, Pommes. Aber auch, was du futtern wieder. Ich habe jetzt vier von sieben. Wunderbar. Waffenschmied. Ich glaube, da hätten wir am Anfang... Ich glaube, die Sachen brauchst du, wenn du schon die Errungenschaft kommt. Waffenschmied vielleicht, um die Waffen zu verbessern. Nee, nee, Waffenschmied ist, wenn du die Dings gefunden hast, die Machete. Nee, das habe ich aber schon vorher und da kam noch keine... Wow, wow, wow. Was ist los? Von der Monster? Ja, ich jung die Rissi nur noch. Okay. Tak. 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 Flieger aus der U-Bahn. Meine. Essen. Wohin müssen wir denn? Keine raus. Nach links, ja. Da hinten kamen Monster, die hat runtergeflogen, ich habe es gesehen. Jetzt kommt schon wieder das nächste Monster. Haha, es chaset mich und du greifst es einfach an. Du kommst schon klar, wa? Ja. Okay. Ich weiß noch nicht ganz... Wieso bist du jetzt plötzlich so hoch? Du stand nur noch acht Meter und jetzt stand... Ey, warte jetzt auf mich. Nein, ich bin weg, tschüss! Ja, ich warte noch, ganz chill. Ja, okay, ich werde jetzt alle Monster einfach mit mir bringen. Haha, okay. Ich weiß nur nicht, wie weit wir hoch müssen. Ah, hier. Ich gehe mal ganz kurz hier rechts lang. What the f... Nein! 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 Nein, bitte nicht! Was ist los? Ich komme hier nicht weiter ohne die... Ja, ich komme, ich komme. Ich wurde auch gerade aufgehalten. Oh! Ich bin noch nicht weiter! Ich sollte nicht sterben. Lass dir keinen nach leben. Kommst du hoch? Ich habe noch zwei Essen. Okay. Weiter nach oben. Hier war nichts mehr rechts und links. Auch keins von diesen... Ne, habe ich gerade abgecheckt. Und hier? Ja, hier müssen wir links und links. Achso, okay. Ich dachte, ob wir das abchecken von diesen vier von sieben Teilen da. Na, da weißt du schon. Filmen wir irgendwann später, bitch. Wir zocken uns erstmal durch. Yo. Huch. Du kannst doch sprinten mit Umschalt, das weißt du. Ja, ich tu die ganze Zeit ausweichen. Hi. Fähigkeit bereit. Jetzt habe ich meine vierte bereit. Ich möchte mal sehen, was meine zweite Fähigkeit ist. Boah, Alter, das Ding... Kommt einfach durch. Mach's. Do it. Do it your home. Willst du nach oben? Ja, wenn du nicht nach oben kommst, kann ich auch nichts für. Armer Crazy. Kommst du? Okay. Pam. Oha, der Zug wurde reaktiviert. Yay. Lol. Oh mein Gott. Ich darf gleich meinen ersten Skill einsetzen. Geil. Äh, wir müssen uns glaube ich beeilen und keine Ahnung. Okay. Wegen den Kisten... Oh. What the f... Ich kann nicht schießen. Ach eh, eh fangen und rechte Maustaste werfen. Wir müssen die Dinger fangen, glaube ich. Ups. Ja, wir müssen die fangen. Wow, what the fuck? Du testest wie es geht. Aua! Ach so, okay. Okay. Man muss mit eh irgendwie fangen. Ja. Und mit rechte Maustaste werfen. Aber ich check's nicht wie. Moment. Ah. Und jetzt rechte Maustaste werfen. Oh lol. Die Feuerringen sollte man aber nicht fangen. Ja. Magst du? Ach, scheiße. Einfach nur rechtzeitig eh drücken. Ach so, ich muss eh gedrückt halten. Ja, einfach nur eh drücken. Ich hab einmal gedrückt. Warte ich. Druck. Lol, hast du mir einfach das Ding aus der Hand geklaut? Bleib mal lieber hinten ein Stück und ich bleib vorne. Oh Gott. Da wurde ich umgenäht. Ich krieg das nicht hin in der Hand. Aua! Das ist fast gewesen. Donkey Kong lässt grüße. Aua, hör auf damit. Ich bin fast tot. Hat die mir einfach das Ding aus der Hand geklaut? Kannst du auch unter... Uh. Uh. Aua. Wie viel hat Leben? Ach, da unten hat das Leben. Aua. Ja. Wie du mir jedes Mal das scheiß Ding aus der Hand klaust. Oh mein Gott. Du bist so ein Dieb. Meine. LOL. Alter. Guck mal wie die ganze Zeit essen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sollte was essen. Juhu. Nein. Alter. Fick dich. Das ist mein Gott verdammtes Fass. Was? Das sieht aber süß aus. Ja. Non non non. Jetzt ist er durch die U-Bahn. Das war so klar. Wow. Loll? Achso, hier hoch. Hab ich schon gewundert. U-Bahn Fight Bitches! Jetzt kommt der letzte Bossfight. Uh. Das war's dann das Game schon, wa? Ja? Jaja, das war's schon. Oh, ist so süß. Was für Geräusche läuft. Was für Geräusche machen, wenn man die wirft. Oh, wie putzig. Oh nein, ich bin wieder in der Horde. Okay. Zwei. Uh. Ich tue alles jetzt in Flammen. Ja, Mann. Uh. Hast du Flammenwerfer gefunden, oder was? Nein, ich hab meinen Skill eingesetzt. Gott, nice. Das ist mein Spezialskill, mit dem ich meine Flammen entwassen. Ich will das nochmal nachladen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Alter. What the fuck. Hier ist Ammo. Nimm's hier. Habt noch genug. Na, ich hab voll. Okay, na, lass liegen. Ich bin schon mal nach rechts, weil da wird's wahrscheinlich lang gehen. Ähm, nein, hier ist noch, hier ist noch worden. Ja, ich weiß, bei mir auch. Schmeißt du trotzdem schon mal nach rechts. Haben wir gewonnen. Das Werfen ist so geil. Oh, ist das süß. Ich habe nichts mehr zum Essen. Aua. So hab ich mich von gefühlt. Jetzt hab ich was zu essen. Oh, leute, jetzt hab ich nicht gerade abgeschüttet, ich deb. Kommst du weiter rechts? Ja, ich komme. Ich glaube, hier geht's eh nicht lang. Ja, das war klar. Let's do one. Yeah. Ja. Einfach nur, Daria. Ich habe kein Leben mehr. Ja. Vielleicht kriegen wir jetzt auch gefrischt nach der Mission. Hoffen wir mal. What? Der kapselt sich ab, die Sau. Grüß, Monster. Tschüss. Soll ich auch gerne mal... What? Lol. Jetzt müssen wir ausweichen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich kommt halt von hinten so irgendwelche... Schmeiß die einfach nach unten, Alter. Geht gar nicht. Doch. Ne, doch nicht. Schmeiß. Schmeiß die mal alle zu dir. Hey. Nein. Nicht? Oh lol, da. Oh lol. Oh nein, ey. Oh mein Gott. Vor allem, wie geil das ist. Meine Granate. Vorsicht. Uh. Ducken. Oh lol. Jump. Okay, doch nicht. Und dann gleichzeitig noch kämpfen. Aber ich wurde getroffen. Ich hab nicht mehr viel... Doch, ich hab noch... Ich hab nichts mehr. Voll. Wie geil ist... Müsst du einfach meine schmeißen. Aua. Oh Gott. Wie geil ist das denn, bitteschön. Der Boss-Fight ist interessant. Aua. Was zum Ampfen. Nein. Ich bin wieder. Boah, dieses Dodgen ist so krank, Mann. So geil. Nein. Nein, ich bin wieder. Ich werd einfach gar nicht mehr fighten. Ich werd die einfach sterben lassen durch diese Dinge. Ich hab so viel Leben verloren bisher schon. Boah, mieses Synchronspringen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich wurde getroffen. Ah. Nein. Ich werd nur noch... Oh mein Gott. Das war so entletzter. Und wie geht denn das jetzt? Werden wir sehen. Oh mein Gott. Nein. Ich muss mich grad kratzen. Da vorne ist unser U-Bahn. What the? Wie bitte? Dass man sich nicht ducken kann, ist doof. Juhu. Wir sind wieder da. Ah cool, dass das Ding echt... echt weit fliegt. Ja. Unglaublich. Wow. Jetzt bist du mit dem... Okay. Nitro, Vorsicht. Ehe. Fallen lassen. Du müsst das Ding wahrscheinlich hochschmeißen zu ihm. Dahinter schmeißen. Toffe den Koloss mit Sprengstoffkisten. Es war so klar. Ich hab's doch gehört, den Scheiß. Ich bin fast tot. Ein Leben einsetzen? Ja, muss ich auch mal. Ah so, okay. Ich bin fast wieder tot. Oh mein Gott. Ich hab grad was für Futter genommen. Ach so. Ich hab nichts gehört. Warum? Jetzt aber hörst du was. Ach so. Du musst es von den Dingern runterwenden. Aber das Nitro müssen wir mitnehmen. Ich geh euch schon mal vorne und dann gucken. wie weit das dauert. Und du musst auf jeden Fall sprinten. Aber hier und? Oh hier ist noch. Okay. Ich kann nicht sprinten. Okay. Na okay. Ich komm zurück ins Nitro. Das dauert nicht lange. Also es ist... Ich halte die nach. Ich habe eine Nitro. Wir müssen da hinten zu dem Faster, was da steht. Und was ist jetzt? Einfach hinlegen. Okay. Eins. Ey aber interessant gestaltet. Ja. Find ich auch. Ammo. Ja. Vorsicht. Dann nicht hoch. Ich hab's gehört. Jetzt. Okay. Und sprinten. Mit der Kiste kannst du halt leider nicht sprinten. Ist okay. Jetzt nimmst du und dich beschützt. Tisch oder wie? Du kannst auch beide eins nehmen. Aber ich kann gerne mitnehmen. Ja ich nehme das Nitro. Ich bin auf dem Rückweg. Ja ich habe hier gerade zwei Monster. Aber man kann doch fallen lassen das Nitro. Oh mein Gott. Ich war jumpen gerade. Warte. Ich wollte die Ammo mitnehmen. Gib mir die Ammo. Danke. So. Warte. Ich warte bis zum nächsten Ding, wenn es wieder kommt. Juhu. Bam bam bam. Auf geht's. Wie der so viel Schaden gemacht hat. 5000 ey. Auf jeden Fall man. Ich habe 300 Leben verloren. Hinter mir? Ja und jetzt. Fantastisch. Ne minus 1000. Wow. Der ist im Arsch. Der ist richtig im Arsch. Wow. Ah. Wow. Über den 3-Jump. Ich werde irgendwann mal ein bisschen mit Granaten gebomben. Und nach der Ferne. Jetzt kann man sicher noch ein Item schieben. Ich würde die ganze Zeit... Nein. Du musst rüberjumpen. Und keine Ahnung was wird der Schwachpunkt haben. Siehst du ja. Der jumpt ran. Und jetzt kannst du von hinten angreifen. Oh ja erstmal. Oh leu. Jetzt kommen noch ein paar Monster dazu. Gönnt euch. Schmeiß einfach die Monster nach ihm. Er ist geblindet gerade irgendwie. Ja man kann auch mal Zeit nach ihm schmeißen. Oh mein Gott. Du hast mich gerade geschmissen. Wir können angreifen gerade. Er ist geblindet. Oder keine Ahnung. Erschöpft. Wie auch immer. Und tot. Essen. Ja nimm du es. Es gibt ja nur die Hälfte wieder essen. Ich dachte es ist geregelt voll. Geht ja gut los. Und Spaß. Ja. Boah. Ich hab 20 Punkte mehr als du. 20 Punkte mehr. Ja. Okay. Fortfahren. Geht ja gut los. Geht ja gut los. Und Spaß. Ja hab ich auch gerade bekommen die. Augenschaften. Es tut mir vor. Ja.